eine zweite meinung ist immer gut falls der patient das braucht man kann natürlich es gibt es gibt keinen besten weg in der medizin es gibt mehrere wege auch die zum ziel führen könnten falls der patient sich unsicher fühlt oder nicht sicher ist ob das ob diese behandlung für ihn die beste ist es ist immer gut anderes reflektives zentrum zu konsultieren letztendlich geht es darum dass sie sich in dem zentrum behandeln lassen wo sie sich am wohlsten fühlen es geht nicht nur um die technologie es geht nicht nur um die behandlungsqualität aber sie müssen dem zentrum dem arzt dem team vertrauen und das ist das allerwichtigste ich lade sie herzlich sein unser team persönlich zu kontaktieren während des ersten gesprächs können sie erste fragen stellen und sie können auch den ersten eindruck gewinnen wie wir mit dem patienten umgehen und was sie bei uns zu erwarten haben